Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play-Wism. Auf... Ja, auf... Auf... Hallo, Goro. Auf dem Server von Nitrado. Oh, ich hab ne Bad Ring gefunden. Ah, ich kann Scroll of Range machen. Jetzt auf einmal geht's, oder was? Hat die Sekunde AFK rumstehen was gebracht, ja? Ja, ja. War ja keine Sekunde. Du musstest ja vom Zombie flüchten. Ist so. Oh, ne Kiste. Ah. Eisen. Larpis. Na ja, so ne gute Ausbeute ist das. Wie macht man denn nochmal ne Scroll? Warte mal. Normale Scroll. Spidey? Hm. Da ist noch ne Kiste. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ohne Melon Seeds und Pumpkin Seeds, Goro. Das ist sehr gut. Find ich auch, find ich schön. Warum? Warum? Warum was? Unwritten Scroll ist nicht so schwierig. Ähm. Ich darf ja dein, 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 dein Crafting Table benutzen, ne? Hm. Ich glaub, ich hab mir grade, hätte mir was erscheinen können. Oh nein. Ah, doch nicht. Oh, ich hab einen Spinnenspawner gefunden. Oh, ich krieg den plötzlich nicht schreckt, weil ich hab die Scrolls gehabt und dann hab ich da rumgeklickt in Too Many Items. Plötzlich hab ich 64. Ja ne, das packt rum manchmal, ja. Das wär's ja jetzt gewesen. Ach, verdammt, kann man in dem Modpack Spawner mit Silk Touch abbauen? Weiß ich nicht. Mist, jetzt hätt ich's grade ausprobieren können, aber ich hab instinktiv grade den Spawner abgebaut, direkt. Das wär voll gut eigentlich. Warum lassen die Spinnnetze grad alle Strings fallen? Ist das normal? Spinnnetze? Ja. Und Strings? Ja, das ist normal. Wie kann ich den Rucksack hinstellen? Äh, Shift und... Ah, Shift und leere Hand, okay. Da muss ich nämlich ein bisschen Zeug reinpacken grade mal. Ich war ja jetzt in Deutschland am Wochenende. Scheiße hier, ne? Ne, doch, nein. Ähm, was anderes. Dann, gestern Abend lief ja... Also, wir nehmen am Sonntag auf. Also, Samstagabend lief, ähm, die große TV Total Stock Cards. Achso, hab ich ja gesehen, ja, hab ich ein bisschen geguckt. Hast du gesehen? Ja. Was hast du denn davon gehalten, dass die, die, äh, auch YouTuber dann dabei hatten? Find ich, äh, im Grunde nicht schlecht. Ich find's immer nur scheiße, dass die YouTuber nicht ernst nehmen. Das, äh... Das merkt man halt immer, dass die YouTuber, dass die dieses, äh, Medium YouTube nicht ernst nehmen. Ne. Das, äh, Fernsehen denkt immer noch, YouTube wär so, hm, guck mal, die machen da ihre Videos und, äh... So, weißt du? Das ist so... Das... Und das wollte ich grade, äh, ansprechen. Also, davon halt ich nix. Und ich glaube, manchmal suchen sich die YouTuber... Also, die merken wohl, dass YouTuber eine riesige Reichweite haben. Aber sie nehmen's halt nicht ernst. Weil sonst würden sie Dehner und so nicht einladen. Meinst du? Ja, wenn... Wenn die keine Reichweite hätten, wären die auch nicht da. So nach dem Motto, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber sie nehmen's halt nicht ernst. Sie halten... Sie denken halt immer noch, sie hätten die größere Reichweite. Was womöglich, ich kenn die Zahlen, nicht auch stimmen kann. Meinst du? Ich kenn die Zahlen auch nicht, aber ich glaube... Ja, aber du musst ja die Altersgruppen... Du musst die Altersgruppen dann auch abschätzen, so ungefähr, ne? Guck mal, welche Altersgruppe guckt YouTube-Videos von Dehner jetzt als Beispiel? Das sind ja eher so die bis 14-, 15-, 16-Jährigen. Ne? So im großen Teil. Und wer guckt Fernsehen? Das ist alles da drüber. Vor allem Stefan Raab, so nach dem Motto, weißt du? Das ist ja auch... Ich glaub, der Raab hat immer noch ne größere Reichweite. Wenn man das vergleichen müsste. Ja gut, das kann natürlich sein. Bei nem Grundgedanken war's cool. Ich weiß nicht, ob ich mitmachen würde, obwohl Stockcast-Challenge hätt ich schon mitgemacht. Ist doch spaßig. Ich hab ein Video von Ungespielt noch gesehen, da hat er erzählt, dass sie ihn auch... Oder Sidenar und Ungespielt auch gefragt hätten, ob sie beim Turmspringen mitmachen wollen. Turmspringen, hat Ungespielt gesagt, würde er jetzt nicht mitmachen, weil er nicht der Fernsehmensch ist. Verstehe ich, würde ich auch nicht machen. Weil Turmspringen ist so ne Zuschaustellung wieder, weißt du? Also ich weiß das nicht, weil... Also Turmspringen an sich, glaub ich, ist nicht so geil. Und äh... Naja, ich würd mich da jetzt nicht so... Turmspringen ist immer so ne Fleischbeschau, weißt du? Ja, das stimmt. So, weißt du, die Kerle gucken das auch nur, weil da hübsche Springerinnen bei sind und so. Was? Hallo? Wer erzählt dir denn sowas, Nephias? Du, hast du doch vorhin gesagt noch. So gesagt, ma, wann ist bald wieder Turmspringen? Das große Team war total Turmspringen, ich warte sehnsüchtig drauf. Ist das ein Purple Crystal? Dann gehen wir doch mal runter. Nicht jedes Huhn gibt mir Fehler, das ist ganz schön traurig, Leute. Nicht jedes Huhn gibt mir Fehler, das ist ganz schön traurig, Leute. Nicht jedes Huhn gibt mir Fehler. Ich hab grade eure Eltern umgebracht. Werdet... Macht... Macht es besser. Ich hab ein... Ich hab ein Purple Crystal für Goro. Purple Rain! Purple Rain! Hat der einen Rucksack auf? Gib mir den Rucksack! Wieso hab ich keine Ender-Chester? Auch ein Rucksack drauf. Ja, aber der Enderman hat nen Ender-Rucksack. Wie gut das wär. Wär das gut? Ich könnte ihn nicht richtig benutzen, aber es wär gut. Ender-Chester ist ja auch verboten. Obwohl nicht verboten, ich müsste sie zu Duellen halt leer machen. Amount, wie soll ich denn amounten? Wie schreib ich das denn? Amount? Amount. Range. 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 Range? Hm. Hallo? Hallo? Wie schreib ich denn die Scrolls? Weiß ich nicht. Ich dachte, ich hab mir jetzt extra nen Guide angeguckt. Weißt ihr, und ihr denkt, ja, wir machen in unserer Freizeit nichts anderes als Videos zu machen. Nein. Wir lesen auch Guides. Wir müssen die auch lesen und uns selber Videos angucken, weil der ganze Scheiß hier sonst nicht funktionieren würde. Ja, 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 ja. Weißt du, und damit es nicht in den Folgen heißt, ja, ihr seid ja total Spaß, diese, das musst du so und so machen. Das sagen sie ja trotzdem. Müssen wir halt, ja, natürlich sagen wir es trotzdem, aber da müssen wir uns natürlich halt vorher informieren. Ich hab nen New Entry unlocked, weil ich nen Enderman getötet hab. Hast du noch nie nen Enderman drüber? Ne, anscheinend nicht. Da sieht man mal, wie der beschlechtet ist. Nup, 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 nup. Nup, 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 nup. Ich geh auf Ridescrolls und dann müsste ich hier noch... Scheiße. Wie geht das denn? Wo bist du, Andy? Ich kann's nicht anklicken! Ich kann nichts anklicken! Hä? Andy, was ist los? Komm. Wie behindert ist das denn? Scheiß Dreckscrolls, ey! Hallo, das ist nicht behindert. Behindert sagt man nicht. Okay, Entschuldigung, ich nehm alles zurück. Scheiß Gott! Ich bin nicht aggressiv! Man, ey! Achso, ich hab ja meinen Dickzauber. Oh, er hat dick gesagt. Wie geht das denn? Unwritten Strolls. So, komm mal her. Ey, das ist echt geil mit dem Dick. Echt? Ja, ich buddel mich hier grade hoch. Mit einem Schlag jeder Stein weg. Hallo? Und es verbraucht... Ich bin grad auf den großen Zauber. Es verbraucht minimal was von meinen Mana. Die Geräuschkulisse ist auch grad geil. Dum 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 dum. Dum dum dum. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß leider nicht, wie das hier funktioniert. Da muss ich in den Mainz-Blendert gehen. Was musst du? Googlen! Was ist denn dieses Internet? Das ist das... Das ist das Ding, womit du und ich umgehen können und Videos produzieren für. Ach, das! Das ist dieses ominöse Internet. Ich find's extrem ätzend, dass man hier so langsam aufsteigt. Im Wasser. Oh, die sind... Ah! Ja, so geht das denn. Ja, das wusste ich ja nicht. Alles ist gut! Alles ist gut. Warum lachst du? Warum lachst du jetzt? Dann mach ich rechts klick und das Geräusch... BAM BAM! Ist fehlgeschlagen, ja? Ich glaube auch, dass... Aber warum? Aber warum? Lacht er sich auf einmal kaputt, ey? Du bist doch nur ein Creeper. Warum geht das nicht? Willst du einen Creeper bauen? Ich will den töten! Und dann macht's Badoom. Ja, es geht halt nicht. Du musst dich halt mit Schwertönen. Du bist ein Creeper. Du leuchtest nicht sterben, ne? Wieso geht das denn nicht? Was? Normal Fading. Ah, Enderman. Oh, Enderman. Der Enderman hatte ganz schön viel Stuff. Der kriegt mich nicht, weil ich im Wasser bin. Ah, voll Noob! Jetzt kriegt er mich, weil ich aus dem Wasser raus bin. Jetzt werde ich verbötet. Und weiterlesen. Und weiterlesen. Ich bin heute ganz mutig und töte Enderman. Ich brauche einen Arcane-Push. Boah, da hat zwei Ender... Perlen verloren. Wie viele Enderman sind denn hier gerade? Was brauchst du? Boah, Wolle! Boah! Wo muss ich hin? Da ist Home. Boah, Alter! Ich hab aus Versehen nicht den Fallzauber gemacht, sondern den Speedzauber. Da bin ich erst mal über die halbe Map geflogen. Voll Action heute bei uns in der Folge. Und heute in den Folgen von Ifjad und Korobaa... Nix! Boah, ich hab's bis in mein Haus geschafft. Von Nancys Haus. Ja, ist geil, ne? Ja. Boah, sind wir scheiße. So, ich brauch... Aua. Aua. Ich brauch... Ich brauch Aua. Hier ist nix. Ich brauch Wolle, aber ich hab keine Wolle. Ich hab Wolle. Und wo bist du? Auf dem Weg nach Hause. Boah! Alter! Mit dem Zauber bringe ich mich irgendwann noch um, ey. Du bist völlig bescheid. Ey, ich bin grad auf ne Eisfläche gelaufen und auf Eisflächen läufst du ja eh schon schneller. Ja. Dann hab ich den Speedzauber angemacht, den Sprung und bin nur noch nach vorne geflitscht. Geflitscht? Ja, richtig geflitscht, so gegen ne Wand. Bist du jetzt zu Hause schon, oder? Ne, ich bin auf dem Weg. Hier ist der Spawn. Wo ist Home? Da ist Home. Hä, was wurde denn da gebaut? Wieso hat da einer fünf... Hä? War das der Sachse? Hier sind fünf Wollblöcke als Totem übereinander gestellt und ein kleiner Kampfplatz in der Wüste. Ich find's eh komisch, dass wir die Beagles stehen lassen. Ist doch geil! Was findest du? Ich find's geil. Optional kann ich einfach das alte Kriegsgebiet von dir nehmen. Ja okay, das ist natürlich cool. Stimmt schon. Du brauchst Wolle, sagst du? Ich kann die hier abbauen im Kampfgebiet oder nicht. Hau einfach mal so fünf Schafe um. Ne, ich hab ja Wolle eigentlich zu Hause. Oh, ich brauch sechs Wolle. Ansonsten lauf ich jetzt gleich durch den Rainbow Forest und hol mal eben ein paar Schafe. Ich warte hier auf deinem Haus und kann nichts machen ohne die Rolle. Ich weiß. Es tut mir ja auch leid. Ich kann nichts machen hier jetzt. Schluck erstmal runter. Isst deine Pizza. Guck mal, ich muss einfach kauen. Stress mich nicht, ich hab in der Folge was geschafft, ja? Vor allem seh ich die ganzen Notes jetzt, die ich jahrelang gesucht habe. Hast du ein neues Text, Japan? Nee. Ich hab meine Brille auf, das ist das Geheimnis. Jetzt seh ich die sofort. Also wir spielen die Brille. Gibt's eigentlich mit der Hydra von Dado? Die hab ich noch gar nicht gesehen. Hat er die vielleicht wieder eingepackt? Weil Dado hat jetzt einen Hydra. Die müsste oben bei seinen Kisten sein, ne? Ja. Nein! Ah! Nicht hoch genug! Ah! Ich hab grad Fallschaden bekommen und das nicht wenig, ey. Ah! Nein! Ah! Nein! Nicht Fall! Fallschaden! Wow! Kamerad, bitte! Die ist da nicht oben. Die ist nicht da. Hat er sie wieder eingepackt? Kann sein. Ich bin nicht da. Vielleicht die spawnen die. Vielleicht die spawnen die auch. Dann ärgert der sich richtig. Komm zu deinem Haus! Ja, ich bin doch gleich da. Ach ja. Was brauchst du? Wolle? Wenn ich jetzt keine Wolle hab, wär natürlich traurig. Dann hau ich dich an. Ich hab aber so viele Schafe geklatscht. Das ist orangene Wolle. Lightwolle. Lillowool. Brownwool. Äh... Blackwool. Brauchst du noch mehr? Ich brauch sechs. Insgesamt hab nur fünf fest. Äh... Hat er Schluck auf? Ja! Äh, warte. Kannst du dann deine Kisten reingucken, ne? Ja, kannst du. Ansonsten hab ich gerade vier Strings und mach dir eben eine Wolle. So, hier. Guck mal. Sechs verschiedene Farben hab ich. Guck mal. Guck gleich. Ich muss da was abbauen. Lordia. Äh... Efficiency. Fortune. Ich möchte die Scroll eigentlich auf dich anbauen. Ey, du hast mir Dias geklaut. Ne, drei Stück hast du rausgeklaut. Vier kam raus. Ich hab's genau gesehen. Da liegen doch noch drei an. Einen hast du eingesammelt. Ne, 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 ne. Einen hast du. Ey, gib mir das. Hier, du willst doch den haben, oder? Danke. Ey, du hast mir die Rubies immer... Ach doch. Sicher, dass du keinen Dia gekriegt hast? Ja, ich bin mir sicher, dass ich keinen Dia gekriegt hab. Da kam noch vier raus. Wie krieg ich denn jetzt Arcane Energie? Weiß ich nicht. Boah, es ist nur ein Pimmel hier. Ich find's geil. Au! Ah! 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 Seil! Wie hast du jetzt die Arcane Energie bekommen? Haha! Ich hör das! Hier, wie nutzt das mal? Was denn? Einfach nur die Schriftrolle Das Ding aufsammeln, das Säckchen und die Schriftrolle benutzen Aua Die bleibt ja für immer vorhanden Das Säckchen hat einen Cooldown Wir brauchen Schafe Okay Oh man kriegt die Pfeile Man kann die Pfeile einsammeln Das hat gewimmelt In den nächsten Folgen machen wir uns Pfeile und Schriftrolle Das war's Ne ich hab aufgehört Achso Ja dann würde ich sagen Schaltet den nächsten Folgen wieder ein Bis dahin Leute Tschüss Tschüss Go